Jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik, die heißt »Sag doch mal« und in dieser Rubrik stellt ein Mitspieler von dir eine Frage an dich. Hallo Gonzo, wie geht's? Meine Frage ist, was machst du, um diese Farbe zu haben? Und du hast dein Geheimnis. Ein huger Freund! Ja, die Frage musst du natürlich beantworten. Das Geheimnis, also das Problem von meinem Bart, das ist für manche ein Wunschtraum, aber wenn man sowas hat, dann muss man sich halt jede zwei, drei Tage rasieren. Das ist halt manchmal auch sehr, sehr nervig. Aber nein, ich gehe zum Barber hier in Dortmund auch manchmal in Leverkusen und lasse mir den Bart pflegen. Es gibt noch wieder Barbershops. Ja, es ist zum Glück, wo ich angefangen habe, mit dem Bart wachsen zu lassen, kam so die Zeit, wo die Barbershops wieder aufgemacht haben. Ich habe mich sehr gefreut, weil es immer sehr lästig ist, vor allem die Konturen dann immer so sauber zu machen. Das geht nicht immer so vom Spiel, vor allem hat man da nicht so viel Erfahrung wie ein Barber und deswegen freue ich mich umso mehr, dass so viele Shops wieder aufgemacht haben.